Bald ist wieder Weihnachten und wir von Homeinstead dürfen auch dieses Jahr Geschenke für Senioren organisieren. Eine Aktion, die einem ans Herz geht. Denn mit eurer Hilfe können wir bedürftige und einsame Seniorinnen und Senioren in der Schweiz eine ganz grosse Freude machen. Und es geht ganz einfach. Ihr dürft an einen von den Wunschbäumen gehen, einen Wunschzettel von den Senioren nehmen und den Wunsch erfüllen. Das sind oft Kleinigkeiten wie Socken, Puzzle oder ein Parfüm. Sehr gerne dürft ihr auch eine Handschreibung dazu legen. Wir von Homeinstead verteilen die Geschenke. Und ich kann euch sagen, es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn ich sehe, wie die Augen der Seniorinnen und Senioren von Glück strahlen. Darum macht mit und macht mit einem kleinen Geschenk eine grosse Freude. Wo, dass die Wunschbäume in eurer Nähe stehen, seht ihr im Internet auf homeinstead.ch-geschenkli. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung bei unserer Aktion Geschenkli für Senioren. Tschüss. Glockenzeichen der SNL